Klara Die musikalische Zukunftsgeschichte eines ungeborenen Mädchens Von Lorenz Meyerhofer Gekonnt bewegt sie sich als Embryo im Mutterleib. Klara, so wird das kleine Mädchen von ihren Eltern schon genannt, obwohl sie erst in zehn Wochen das Licht der Welt erblicken wird. Sieben Monate lang lebt Klara schon in enger Verbindung mit ihrer Mutter. Sie fühlt mit ihr. Sie nimmt jede Freude und Begeisterung ihrer Mutter wahr. Auch mütterliche Sorgen, Nöte und Zweifel kommen im sensiblen Bewusstsein der Ungeborenen an. Deep inside, they are one. They are one. Psst, psst. Hört genau hin. Klares Pulsschlag klopft an die Tür unserer inneren Wahrnehmung. Bei genauem Hinhören können wir sie tief in uns singen hören, das unsichtbare Kind in uns. Deep inside. Deep inside. Hinhören mit einer Muab Wale Uale mmm Musik Sing my mother deep inside Oh sing my mother we are one Sing my mother deep inside Oh sing my mother we are one Sing my mother sing Sing, 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 sing Sing, sing, sing Oh my mother sing Sing, 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 sing We are one We are one We are one Manchmal streichelt der Vater über die Wölbungen am Bauch der Mutter. Er freut sich, wenn er Clara in Ausbuchtungen der gespannten Haut ertasten kann. Sie bewegt sich, flüstern die Eltern begeistert. Einatmen Vielen Dank.